Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, hier ist wieder euer Nuttocker aufs Brot und ja, ich spiele hier zwar Guild Wars, aber das soll eigentlich nur ein kleines Infovideo sein und währenddessen werde ich mir sofern denn hier ein Rüstungshändler ist, gerade noch neue Rüstung für Level 20 kaufen, vorher mal noch schnell hier reparieren, ein bisschen verkaufen, den ganzen Schrott, ach Schrott ist so ein schöner Name, so jetzt muss ich erstmal hier nach einer, oh toll, hier ist natürlich kein Rüstungshändler, ist klar, da haben wir nur ein Waffenschmied, da ist doch ein Rüstungsverkäufer, dann gehen wir kurz hier hin, dann gehen wir kurz hier hin, ja, wer sich fragt, Infovideo, ok, worum geht's, ganz schnell und einfach erklärt, mache ich nicht so ein Ballaber, Spielzeugmacher, und zwar ist ja bekanntlich Sommer, also zumindest fast und da die meisten Leute ja im Sommer Urlaub machen, habe ich mir gedacht, mache ich auch mal Urlaub. Das heißt, ich werde ab dem 9. Erstmal weg sein, eine Woche werde ich in Lanzarote verbringen und die zweite Woche, ja, einfach hier zwar im Lande, aber auf ein oder zwei Geburtstags feiern, haben gar nicht so viele neue Sachen hier, eigentlich nur das, ok, dann ziehen wir das mal an. Zack, 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 wenigstens ein Defense Point mehr, können wir das vernichten und besorgen uns aber auch noch, aber auch noch, aber auch noch, aber auch noch, hier bei ihm, da-, 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 ein Wetterverwertungswerkzeug. verwertungswerkzeuge so und das heißt natürlich im umkehrschluss dass ja in der zeit mehr oder weniger keine videos kommen werden ich konnte ein paar videos vor produzieren die ein oder anderen von euch werden vielleicht wissen dass ich auch täglich beim spieleflutkanal videos hochlade und ja da konnte ich genug videos vor produzieren für meinen ganzen urlaub du tanzt jetzt und ja bei meinem eigenen kanal habe ich es leider nicht geschafft gut ist halt beim let's play together immer schwierig so viel zeit auch mit einzuplanen deswegen seid nicht traurig vielleicht werde ich kleinere videos noch hochladen irgendwie simulator also diesen werkstatt simulator den meine ich oder vielleicht auch hier oder da ein kleines minecraft video mal rein stellen weiß ich noch alles nicht muss ich gucken wie ich zeit habe wie ich lust habe und ja ich wollte euch nur sagen er braucht keine angst zu haben ich höre nicht auf oder sonst irgendwas markierung können wir mal weg machen sondern bin einfach nur im urlaub wert hoffentlich eine schöne zeit verbringen und danach wieder ausgeruht für euch da sein ja würde ich doch mal sagen das langt eigentlich schon als info video ihr wisst worum es geht ich konnte euch auf jeden fall informieren könnt natürlich gerne auch meine älteren videos anschauen in der zeit wenn ihr meine stimme so sehr vermisst ja und in diesem sinne wünsche ich euch einen wunderschönen tag und ja bis in zwei wochen sage ich jetzt einfach mal macht's gut tschüss bis